Es scheint, dass Justin Bieber sich einen neuen fahrbaren Untersatz gesucht hat, nur einige Tage nachdem er in Miami für Trunkenheit am Steuer und das Fahren eines illegalen Straßenrennens verhaftet wurde. Aber glücklicherweise fährt der Strandbaggy ein bisschen langsamer. Bieber ist für ein paar Tage nach Panama geflüchtet und es scheint, wir haben ihn am Strand dabei erwischt, wie er ein improvisiertes Musikvideo drehte. Kein Wunder, dass all die Mädels für ein Bild mit ihm toben. Bei ihm ist momentan Chantal Jeffreys angesagt, die den Großteil des Tages damit verbracht hat, sich in einem Stuhl zu sonnen. Aber keine Angst, sie kam nur wenig später an den Strand, um ihren Bikini-Body zu zeigen. Vielleicht hat sie ihn ja zum Singen gebracht. Wir haben aber keine Erklärung für die kurze Lederhose.